Der guten Morgen kommt ihr! Ah! Ich bringe das Porträt, welches sie befohlen haben, genehriger Herr. Die Gräfin! Oh, siehe! Die Maske muss sie nicht sehen. Mit dem allernustigsten Wesen sagt es die melatonischsten Dinge, wieder auf die lernöbsten Posten mit der allertraurigsten Miene. Eben habe ich mich aus seinen Armen gelesen! Nicht gelesen, nicht gelesen! Nicht einmal gelesen! Aber ja, ich will alles! Alles! Was? Das? Merger! Das ist eine gewisse Emilia Ganotti. Meinen Sie Prinz? Meine Emilia! Ich werde eine fromme Frau an Ihnen haben! Er muss erst selbst sehen, wie zuträglich ihm dieser Tod ist. dieser Tod! Das Geschlecht der Galotti ist groß! Eine Galotti kann es sein! Eine Emilia Galotti! Nicht Emilia! Eine Emilia Galotti! Achso gibt es noch eine! Mein lieber Graf! Nicht so! Nicht ganz so! Ist dir beleidigt? Der Mann, der mein Kreuz hat wirklich einen elenden Wortwechsel beleidigt? Musch, musch! Und ich bin fertig! Eine gewisse Emilia Galotti! Denn aus jenen erkenne ich mehr als aus diesen, dass ich dort ein großer Maler bin! Was ist das andere Stück? Auch ein weibliches Hotel! Mein lieblicher Label! All right! Ein Messer Tagbereikator Das New Jahr Vielen Dank.